So Leute, der Klassiker. Ich habe mich gerade noch mal vom lieben Fabi durchkneten lassen. Meine Frau hat auch noch mal mitbehandelt. Gar nichts Wildes mehr, einfach nur noch ein bisschen die Muskulatur freimachen. Vor dem Wettkampf sind jetzt noch fünf Tage. Als ersten Wettkampf haben wir die NRW. Parallel sind auch noch ein paar Jungs von uns auf der GmbF-Meisterschaft. Zur NRW-Meisterschaft wird es auch am Freitag und am Samstag wieder mega fette Videos geben. Da könnt ihr euch drauf schon mal gespannt machen. Der Fabi wird so ein bisschen unsere Reise filmen, dokumentieren und alles hochladen. Ich würde sagen, seid gespannt und wir sehen uns dann am Freitag wieder, Leute.